In den Master-Layout-Einstellungen finden Sie eine neue Option für die automatische Platzierung von zusammenhängenden Zeichnungen. Zeichnungen, die zu einer Gruppe gehören, wie zum Beispiel Innenansichten, werden zusammen platziert. Bei einer neuen Gruppe kann ein Umbruch erfolgen. Sobald auf dem Layout kein Platz mehr vorhanden ist, wird in die nächste Zeile gewechselt bzw. ein neues Layout erstellt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017